So, ich habe jetzt das Thema, was ihr gesagt habt. Einfach ignorieren, ignorieren, ignorieren. Starten erstmal wieder den hin. Gehen wir auf den Installer. Nichts passiert. It's a slim datecode 7b, 8b. Jetzt muss ich manuell ausmachen. Und nichts ist passiert. Habe ich jetzt schon viermal gehabt. Ja, dresse. Ja, dresse. Ja, dresse.